Auf der dritten Seite der Softkeys hinter dem Button mit dem Schraubenschlüssel findet sich das Menü für die Maschinendaten. Hier wählt man die Fruchtdat und kann den Delta-Step konfigurieren. Zudem kann man auswählen, welche Dosierer den Delta-Step anwenden sollen. Der Delta-Step ist eine prozentuale Erhöhung bzw. Verringerung der Ausbringmenge eines Dosierers durch Drücken der %plus- oder Minustaste. Beim Delta-Step kann auch eine Veränderung des Schardrucks erfolgen, welche man hier einstellt. Über den Softkey mit der Ehre gelangt man zu den Fruchtparametern. In dieser Übersicht können verschiedene Parameter für die Ausbringgenauigkeit einer Fruchtart verstellt werden. Standardmäßig werden die Werkseinstellungen verwendet. Durch Drücken der roten Zahlen können diese individuell angepasst werden. Die Körner pro Umdrehung werden im Normalfall durch die Fruchtart richtig vorgegeben. Körner pro Hektar Min und Max gibt die maximal zulässige Abweichung von der vorgegebenen Aussaatmenge in Prozent an. VK ist der maximal zulässige Variationskoeffizient, also die Verteilgenauigkeit. Und darunter kann man den maximal zulässigen Abstand zwischen zwei Körnern festlegen. Zu guter Letzt kann man noch die Alarmgrenzen für Doppel- und Fehlstellen angeben. Die eingestellten Werte können die tatsächliche Genauigkeit nicht beeinflussen. Man gibt lediglich den Grenzwert an, ab welchem eine visuelle Warnung ausgegeben werden soll. Dies erfolgt, indem sich der Balken der betroffenen Reihe in der Hauptarbeitsmaske rot färbt. Mit diesem Pfeil kommt man eine Seite weiter. Hier kann man noch den Wert für den Grün-Gelb-Wechsel einstellen. 75% bedeutet, dass sich ein Balken ab 75% des auf der vorherigen Seite angegebenen Grenzwerts gelb färbt, um zu symbolisieren, dass man sich dem Grenzwert bereits nähert. Gehen wir nun zurück in die Hauptarbeitsmaske. Dort kann man mit diesen beiden Softkeys die Ausbringmenge über je einen Deltastep erhöhen oder verringern. Der 100% Button setzt die Ausbringmenge wieder auf den vorgegebenen Grundwert zurück.